Gut, wir haben Mineralfutter jetzt gekauft. Einiges. Damit wir für die Kühe vorgesorgt haben. Ernten werden wir dann das nächste Mal weitermachen. Gut. Ich bin ganz einfach am überlegen nämlich, wie wir das am besten da noch machen. Ich bin ganz einfach am besten. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gut, 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 gut Juppa! Bis du schon wieder... ...wolle mit dich vor... ...machen... ...gute, bunte Sachen... ...machen... ...suchgerade... ...suchgerade... ...und die Finanzen, okay... ...klar... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schauen wir mal, was wir da rauskriegen, auf das da Villa Marie hängen bleibt. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 185 dann gehen wir auf 54 25 dann gehen wir auf 147 bis 155 und dann haben wir eh noch 201 und war es doch noch schon wieder mal im ernten gut wo wir was berechnet anschaut gut schau mal Sonst wieder vier und ein halb, oder? Gut, wird sich schon irgendwie rausgehen. Aber gut, dann war's das mit dem einmal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und dann was kommt. Ciao.